Ich habe nämlich letztens noch ein Video gesehen und das wollte ich mit euch nämlich gucken, weil er war so, das war so krass. Habt ihr das hier gesehen? Also erstmal hohnigen Videos sind sowieso echt Oberklasse. So, pass auf. Links ist ein McLaren mit 1000, 1200 PS und das andere ist der Tesla Plate, dieses Elektrodeck. Die Automotive Industrie ist auf dich jetzt. Future, man. Na tausend. 1000 PS McLaren und die sind schnell. Gegen ein 1000 PS Elektrofahrzeug mit einem Gang. 4700 Pounds da gegen 3100. Und das. Today we're gonna talk about Chemical Guys wrap detailing. Some cars are wrapped, some cars are like mine with a bunch of stickers all over them. There's nothing worse than trying to clean your graphics or your wrap. With this easy spray and wipe solution it safely removes dirt, grime, fingerprints, whatever it may be, from your stickers, clear bras, wraps, whatever you have attached to your car. It contains a sealant that provides your wrap with durable UV protection. It also prevents drying, fading and discoloration. It picks up... Yeah. Ehm, ich hab'n Frage an euch. Das wollte ich euch immer schon mal fragen. Dafür ist jetzt grad Twitch echt perfekt. Wer versteht die jetzt? Oder wer ist... Ruhig echt offen und ehrlich sein, wo er sagt, boah, ich versteh die nicht. Das Englisch ist zu schnell oder kann ich nicht verstehen. Bitte einmal oben ne Umfrage. Das wär echt geil. Layers of dirt and lays down an anti-static barrier. And it also helps keep your wrap cleaner for longer. Finish it off with a happy ending. So if you want to learn how to use the happy ending microfiber towels along with the wrap. Yeah. One of the most anticipated races of this show right now. I'm excited. I am visibly excited. Oh my God. It's gas versus electric, but beyond that, it's a hypercar versus the fastest production car ever made. This is going to be a good race. This is going to be amazing. I'm excited. Let's go see it. What's up, man? Who are you? And what'd you bring here today? This is my 720S built by SSR Performance. You're taking already the world's greatest performance car and you're doing stuff to it? What are you doing? Yeah. What are you doing here? Oh, I love it, man. I mean, did a tune by engineering. I did exhaust downpipe, carbon fiber wheels. Carbon fiber wheels. I didn't even notice. Yeah, legit. And this is a whole body kit, right? Like, this isn't stock. What do you got? What kit is this? This is a full riff kit. I did a hood scoop. Did the new 765 LT back bumpers. Those fenders. are in stock, right? No. There's so much carbon on this car. 75% verstehens. Okay, cool. Thank you very much. This is right off the showroom floor right here. For the people at home. Oh, this is a Tesla, no? Not us, because we know everything. And me. Yeah. Tell us about it. Like, what is this? What's the plan? Just to give you some perspective, I've been telling a lot of people who have asked some questions, but the previous performance model S was, I mean, it was an obnoxiously fast car. But this thing will trap in the eighth mile what that one did in the quarter mile, which is pretty obnoxious. Wow. What did they change to make it that much faster? The battery is more powerful. I mean, the old one, I think, had right around 700 horsepower. This one's got 1012. 1020. And it's also got 1050 torque as well. And that's for the wheel or like the motor? I don't know. I mean, I would assume it's kind of like crank. Right. It's to the crank. But I don't know if you can do that in an electric car. They might just say that's what it does, because there's direct power right to the wheel. The first Tesla with three motors also. Yeah. So the old one. Drei Motoren? Wusse ich gar nicht. Duel Motors. This one has two in the back, one in the front. And the other cool thing about this car, that a lot of the other. Krass. Zwei Motoren hinten. Einen vorne. Once they get over 60, the power drops off and all that stuff. Like with these torque vectoring motors and all this stuff, they can spin at like 20.000 RPM. It's got a carbon fiber tube that's supposed to allow it to, it actually kind of, you know, the Taycan. And it kind of like takes that one to the next level, correct? Yeah, yeah, yeah. I heard that on the other cars, like once you get like 50% battery. Warte mal, wir müssen mal eben was gucken, bitte. Das müssen wir mal eben gucken. Okay. Das ist die Übersetzung zum Differential hier, aber das sieht eigentlich ganz normal aus, ne? Tree Motor. Achso, okay. Das ist wie ich's kenne und das ist Tree Motor. Also zwei, boah, zwei Motoren hinten. Wahnsinn, oder? Echt krass. Okay, weiter geht's. Der hat gerade gesagt, dass der, wenn der 10% hat, macht er den anderen vorigen Tesla platt. Und das ist echt Wahnsinn, ne? Also die Autos sind schon echt deutlich langsamer, wenn die, äh, wenn die keine Power mehr haben im Akku. Und ein Frontmotor. Und es ist so schnell. Also du wirst wissen, dass sie mit einem 4-Motoren in der Zukunft kommen. Ja, ist das wahr? Holy crap! Das Steeringrad. Oh, ja. Okay. Okay. Oh, okay. Der fuck, alter. Das ist wirklich echt, ne? Der fuck, alter. Das ist wirklich echt, ne? Es ist. Es ist viel größer. Ich glaube, das war ein Problem von anderen Tesla owners, weil... Problem ist halt einfach, das Auto sieht in meinen Augen von außen einfach nicht geil aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Der Instrument-Panel und all diese Sachen. Die Visibilität ist terrible. Ja. Und so, ich glaube, sie haben das gemacht. Ja, sie haben das gemacht für den coolen Faktor, aber auch für die Funktionalität. Gibt es so, wenn sie so fahren? Ja, du musst einfach herausfinden. Ich meine, viele Leute denken, dass du Hand über Hand machst. Ja, ja. Ich glaube, das ist der Weg. Wenn du eine Hand auf dem Top, eine Hand auf dem Bottom und es einfach überraschst, dann kannst du vollen U-Turns mit einem kleinen Turn. Okay, krass. Also, ähm... Also, ich sag mal, der deutsche TÜV sagt, nein. Ne? Also, der deutsche TÜV wird doch nie im Leben... Der wird doch nie im Leben mitspielen bei der Scheiße. Der wird doch auf jeden Fall sagen, das kannst du dir im Po stecken. Wenn sie mir die Option für die Zukunft für das oder eine reguläre, dann kriege ich das. Wow. Did Elon give the green light for you to drive this thing or is he gonna like send the Drones I haven't done anything but I wouldn't mind emailing him a video or something. That would be kinda cool. What does this run in the quarter mile? Well, supposedly with perfect conditions 9.2 at about 153. 9.2! Also, ne 9.2 auf der Viertelmeile. Pass auf. Wir machen mal heute ein bisschen Spielchen hier, ne? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das Ding bin ich auch gefahren, was Cam Block gefahren ist. Hier oben das. Also... 9.2... Äh... Viertel... Upsi. Viertelmeile... Hier, Marco Degenhardt. 9.8. Das war, glaub ich, der beste Lauf, den er hier hatte. 8.8. 8.4... Warte. Ja, okay. Da kommt der direkt. Oh, das müssen wir uns eben angucken. Wir sind gleich wieder beim anderen. Uuuuhh. Äh... Äh... Bittescheiße. Uuuuhh. 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 Uuuuhhh. 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 Boah, hat sie mir auch direkt den Motor weggeschossen da. So, das ist 8-0. Die Amis sind mal abgehend, ne? Alter, was ist denn da los? Ich meine, die geklebte Strecke, ne? Die bringt natürlich sehr viel dafür. Alter. Will der nach Bochum fliegen, oder was will der? Und das, hast du gerade gesehen? Das Auto ist ja jetzt eine 10-2, 10-2 gefahren und hebt fast ab. So. 9-4 im Regen. Okay. 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 So, erste Runde, okay? Die fahren wirklich gleich los, okay? Aber jetzt hat der Motor das Problem, der Verbrenner, die Drosselklappe öffnet sich und er muss die Leistung dosieren und der Motor entwickelt jetzt seine Motorleistung. Währenddessen der verdammte Tesla einfach Motorleistung in dem Moment hat. Eine Mutter, Alter. Und der McLaren rennt. Aber Hurt ist echt cool, also das ist Hurt, der ist echt ein so entspanter Typ. Was do you think a good roll is for you, mile-an-hour-wise? Maybe 40 or 60. Were you pulling on him at the top? Hell no. No? Nothing. Really? What? The Vlad does keep going, I guess. It just kept going. So you want to do, you set the pace on the roll, he follows you and you go at the cone? Right. You want to go 1,000 or 1,500? 1,500. 1,500. 1,500. Baby, let's go. Take it to the top. Oh my goodness. The McLaren's not a drag car. We know that. So he's going to struggle on the launch. So we're going to do, we're going to do a roll race. He's going to set the pace and then you're going to go at the first cone. I just go when I hear his car. That works too. So und normalerweise ist es jetzt für so ein Elektroauto scheiße, ne? Lauf nach Lauf, weil die scheiße sich aufheizt, aber die heizen einfach immer wieder, ne? So 1,500 feet. So der McLaren ist vorne. Und er rollt, also nicht stehend. Ja, aber da brauchst du nicht schreiben RWD gegen AWD. Das ist komplett Quatsch. Das Ding fährt schon 60 Meilen. Die sind aus 40 bis 60 Meilen gestartet. Und das Ding wiegt über 1000 Pounds weniger. Oh boy, slow down, slow down, slow down. They're probably doing 160 miles an hour by this point. Yeah, McLaren got her. Yes. Wow, this is the last race for everything. It's the end of an era. I get every hot dude on the street with that. It's 4,900 pounds. You guys are going to make it 50. So jetzt steigen die alle ein. These 400 pounds, big deal. I want to feel what it feels like. Yeah, I know. That's why you want a ballast boy. Yeah, I know. I'll give them the car. Give them the car. I can't even have these guys. I don't know if I'll reel them in with all this weight, but we'll see. All this weight. All this weight. You guys are 150 pounds. It's still 500 extra pounds right here. Come on. It's gonna be sick. Yeah. Yes, I'm 150 pounds. Ey, guck mal, das Lenkrad, ne? Seht ihr, wie das Lenkrad hier einfach aufhört? Das ist wirklich krass. Das muss so, und dann auch noch so schnell, also so ein starkes Auto mit so einem Lenkrad. Yes, sir. So they got a bunch of fat guys in there. And then you're still getting... A bunch of fat guys. Car and the rolling hit. No car. Same thing, you're gonna lead the pace. You go with this first cone and then hopefully he doesn't run you down. Let's go. Do the best stuff. Okay, der McLaren kriegt sogar Vorsprung. So, McLaren vorne und McLaren rollt. Und McLaren-Ladeldruck. Habt ihr gehört, ne? Also, wo es losgeht, ist der volles Rohr im Saft. Der McLaren ist jetzt, würde ich sagen, weit über eine Tonne leichter. Mit den Leuten drin, allem drum und dran. Und er ist gerade mal dann da. Oh, no, 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 no. So, I guess the Tesla won by a no still. The ballast boys couldn't hold it down. It looked like it got faster. They didn't need it enough for lunch. That's the problem. Did you use all of the ceramic bricks? All of them. I almost hit the wall. You consider buying a Tesla? Yeah. Bert's got a danger cam here. It was terrified. That's where he's... Oh my goodness. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, you're dead. We can never do that again. We can never do a roll to 1500. What does it feel like? What is it? Describe this. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie diese Dinger nach vorne wirklich rennen und stürmen. Wirklich absolut brutalst. 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 Brutalst.